Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich Käse selber richtig aus so einer Milch hier ohne Lapp machen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich habe hierfür einmal 2 Liter Rohmilch vom Bauernhof hier in einen Topf hineingegeben, anschließend 20 Gramm hier in einer kleinen Schüssel einmal von Salz bereitgestellt und auch hier noch 5%igen weißen Essig, genau 70 Gramm hier vorbereitet, was in etwa so 8 Esslöffel entsprechen sollte. Falls du deine Milch im Supermarkt kaufen möchtest, dann ist es wichtig, dass die Milch auf jeden Fall über 3,5% Fett beinhaltet. Nun schalte ich mein Herd aber erst einmal auf die höchste Stufe und wenn das geschehen ist, nehme ich mir mal hier so einen Kochlöffel bzw. auch Schneebesen zur Hand und hiermit rühre ich jetzt die Milch die ganze Zeit um, dass sie einfach nicht am Boden anbrennen kann. Sobald die Milch jetzt nach einigen Minuten stark das Schäumen beginnt und das Volumen sich auch schnell vergrößert, dann am besten den Topf sofort von der Platte herunternehmen. Meine Milch steht jetzt auf einer kalten Herdplatte, ist natürlich trotzdem noch sehr heiß und jetzt rühre ich das Ganze einfach mal weiter um und gebe meinen Essig bzw. meinen Zitronensaft hier langsam und schön gleichmäßig hinzu. Was jetzt nämlich passiert ist, dass sich durch die Säure das Milcheiweiß von unserer Molke trennt und somit auch solche schönen Flocken hier entstehen. Wenn unsere Flüssigkeit hier jetzt also nicht mehr milchig ausschaut, sondern wie bei mir hier relativ klar, dann hat sich das Eiweiß auf jeden Fall gut getrennt und wir können uns mal eine große Schüssel mit einem Sieb bereitstellen, wo ich jetzt auch noch ein sauberes Küchentuch hineinlege, was ich zuvor etwas mit Wasser befeuchtet habe. Ich schütte den Inhalt von meinem Topf also jetzt hier einmal in das Sieb hinein und dadurch löst sich jetzt nämlich auch schon bzw. trennt sich schön der Feste von unserem flüssigen Teil. Um die Flüssigkeit jetzt bestmöglich hier rauszubekommen, am besten mal einen normalen Löffel zur Hand nehmen und mit diesem das Ganze noch schön zusammenpressen. Und wenn du das auch gemacht hast, also bei mir sollte das auf jeden Fall schon reichen, dann kannst du nämlich auch noch das Küchentuch hier nehmen, etwas zusammenfalten und dann nochmal von oben hier schön Druck drauf geben, dass auch noch der Rest von dieser Flüssigkeit rauskommt. Wichtig ist, du musst auf jeden Fall aufpassen, da das Ganze natürlich noch sehr heiß ist. Die entstandene Molke hier bitte auf gar keinen Fall einfach wegschütten, da wir das meiste noch zum Lagern von unserem Käse im Nachhinein benötigen und wenn dann immer noch etwas übrig bleibt, dann kann man daraus auch noch ein leckeres Molkebrot zum Beispiel backen. Damit der Käse hier noch eine tolle Form bekommt, lasse ich ihn einmal schön in meinem Tuch hier eingedreht, lege ihn in eine Schüssel rein, die wo jetzt auch die Form dann sozusagen bestimmt und das Ganze hier lasse ich jetzt einmal noch auf Zimmertemperatur hier draußen abkühlen und anschließend geht es so für circa drei Stunden in den Kühlschrank. Drei Stunden im Kühlschrank sind rum und jetzt schauen wir uns mal das Ergebnis hier an. Mein Käse ist jetzt auf jeden Fall schön schnittfest und ich bin auch mit der Konsistenz sehr zufrieden. Hier kommt es natürlich auch darauf an, wie viel Feuchtigkeit wir vorhin aus diesem Käsestück rausgebracht haben. Zum Schluss soll es aber noch darum gehen, wie wir hier diesen Käse jetzt noch aufbewahren, damit er im Kühlschrank anschließend für ungefähr eine Woche haltbar ist. Hierfür gebe ich unser Käsestück erst einmal in eine verschließbare Form bzw. Dose und anschließend nehme ich mal mein Salz, was ich ja vorhin schon hergerichtet habe, streue das hier gut drüber und dann kann ich den Käse hier nämlich auch mal noch etwas mit diesem Salz schön einreiben. Wenn das geschehen ist, gebe ich noch so viel von meiner Molke von vorhin hinzu, bis der Käse wirklich schön hier von dieser eingehüllt ist. Bei mir reicht das auf jeden Fall, weswegen ich das Gefäß jetzt einmal noch luftdicht verschließe und anschließend stelle ich es natürlich in den Kühlschrank und somit haben wir unseren Käse jetzt auch schon selber richtig hergestellt. Falls du dir für zu Hause jetzt übrigens ein Sieb, eine Küchenschüssel, eine verschließbare Box oder auch so einen neuen Topf hier zulegen möchtest, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Marken gestellt zum relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in Geschäft Hilfe fahren. Wenn du dir also eines von diesen Untersilien hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst zu den Untersilien. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geöffnet hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.